Wer nimmt als Erste Klappe, Wes und Wes und Wes Babyparker? Nein, 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 nein! Och Digga, meine Güte! Wer ist der Idiot gewesen? Ich schwöre! Eldos ist das! Warte, warte, warte! Eldos! Du bist ein Sch***er Eldos, lass dir das gesagt sein! Ist das krank! Ja, Babypark ist dein Hood! Abgewirkt! So, bisschen einfahren, Chat! Bisschen einfahren, ist sonst krass! Ja, ne Bro! Bin schlecht! Äh, du bist besser, Bro! Hätten wir, ich würd behältst du? Okay, wir kommen nachher! Oh, Mann! Ja! Pilze, Pilze! Oh, ich kenne nur, nur Pilze schon wieder, Mann! Äh, Pilze! Ach, Digga! Scheiß drauf! Aber wer nimmt denn auch Babypark? Jetzt mal bei aller Liebe! Wirklich! Das ist geil, Spack! Das ist geil, Spack! In der ersten Runde! Ey, Mann! Ich wüsste, Willi! Ja, mein Block! Ja, einmal hängen geblieben! Auf was? Wir pellen dann! Wir pellen dann! Ey, Penny, warum machst du eigentlich... Warum machst du eigentlich... Warum machst du nicht mal einen Madesong, der auf Block heißt oder so? Och, Mann! Ehrlich! Weil ich das nicht gemacht habe! Oh, mein Gott! Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Ich hab das nicht gemacht? Okay, klar! Na, natürlich! Ja, klar! Football-Profi-Auftritt! Auch mal! Dann bringst du halt noch... Parallel halt irgendwie... Keine Ahnung! Ja, richtig! Ja, ich hab dich schon einen Madesong! Och, Mann! Ihr Söhne! Krass, Bro! Hack mit euch! Oh, mein Gott! Ich war nie weg! Ich war nie weg! Nee, Billy, du bist besser als ich, Bro! Nee, bin ich nicht! Baby Park ist voll fies Kill! Nee, du bist besser als ich! Doch, Baby Park ist voll krass! Oh, die Cam! Ich hab ne Sony-Cam mit Cam Link! Und die macht jetzt aktuell das so... Die geht alle 15 Minuten kurz in ne Raucherpause! Das war im letzten Stream so und das ist in diesem Stream so! Zwischen den beiden Streams liegen sieben Tage unten im Keller! In sieben Tagen ist die Kamera... Ich hab das verobachtet! Hier unten im Keller nicht einmal ausgegangen! Heute, wo ich wieder streamen, geht sie die ganze Zeit an und aus! Sie war sieben Tage im Dauer! Betrieb kein Problem! Eigentlich nicht! Na ja, wir versuchen... Matze probiert grad! Aber ich weiß nicht, wie es bei dem läuft! Helium 5? Nee, nee, nee! Wir machen nachher, wenn die Teams gemacht werden, können wir jetzt! Ja, aber Teams ist ja... Ja, Teams ist ja... Wo, ne? Nee, wenn du Pain hast, ist es auch einfach... Ist es besser als... Äh... 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 Sehr schön, Edo! 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 Ey Digga, das kannst du nicht auch sagen, ich hab in der Merode nur Pilze! Und alle haben hier Geschenke vor mir, Digga! Ich krieg nur Pilze in meiner Rohseite. Also... Das kann doch nicht sein, Digga, ich hab hinarbo zehn Pilze die Runde gehabt schon! Kann Huo was in Mario Kart? Baah! Nee, du bist besser, Bro! Nee, du bist besser, Bro! Banz! Haahahahaha... Alter, das Brat schießt da vorne, Idemo! Oh mein Gott! Oder was? Nee, hast schon gewonnen. Meiz! Oh, Pilze! Na, bist du letzter, oder was? Wie kann der nicht meine Grüne fressen? Pilze! Ne! Ich bin letzter! Nein, wie krank ist das? Okay, Rakete. Alles oder nichts, Rakete muss kommen. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Ein Geschwein! Welter Blocker, ich schwimme! Ach, wie war gut ich schwimme denn? Wichser. Kann man so ein Wichser sein. Chat, alles anspannen. Oh! Oh! Rakete muss, Rakete muss, Rakete. Jetzt muss ich, jetzt muss ich abdachten. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Wer ist erster? Nein, schieß nicht! Yes! Oh Mann! Eli, deutlich besser als Willi, Digga! Ja, danke Monte! Deutlich besser! Mal direkt vom ersten auf Babypark auf den neunten in der richtigen Männer-Map! Und weißt du warum? Weil Babypark hat keinen Skill! Es ist so! Warte mal, es gab ja zwei Leute, die gut waren. Es war Payne und wer nochmal? Ich! Nein! Danny, aber Reeps! Ja, Reepers! Ich bin schlecht! Also respektlos Willi, dass du dich auf eine Ebene stellst mit Reepers. Nee, aber du hast gerade gesagt, Sascha. Ich kann Reepers auch fragen, ne? Dann haben wir zwei Geeks hier dran. Nee, danke. Ja, Reepers ist auch gut. Ja, aber wir brauchen noch einen Zehnten. Was soll ich euch erzählen? Ja, einen Zehnten brauchen wir. Ja, ja, Reepers brauchen wir. Ich will hier ein bisschen just for fun fahren, Digga. Und nicht wieder um meine Mutters Ehre schwitzen. Weißt du doch nicht, Bro? Ja, wir brauchen ja zwei gute. Bei dem haben wir fünf Nachis direkt auszahlen. Oh, ich krieg nur Pilze! Wer vorkommt, kann direkt auszahlen. Ja, der Herr kommt. Ja. Ugo. Was ist los? Pilze, Mann! Okay. Ja. Nein! Ich bin zu Minecraft. Oh mein Gott. Wer war das? Michi, du F***sack! Ja, ich weiß ja. Oh mein Gott, Digga! Du kriegst doch auf die Fresse jetzt. Hey, feuer doch mal nach vorne, Digga! Was soll denn die Scheiße? Wir haben ja fast einen Bremsen. Ja, fast einen Bremsen! 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 Ich bin drei Jünger! Ich f*** mein Vater! Ja, Digga, ich krieg hier nur Pilze. Was soll ich machen, Digga? Einen zum Blauen? Nein! Nein! Verpiss dich, Billy, Mann! Digga, was ist hier los gewesen, Alter? Nein. Hey, Eli, du warst Erster. Pilze! Mann, Digga, was macht... Oh mein Gott. Pika, im Baume und Fritz! 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 Get in der Louis! Pika, im Baume und Fritz! Digga, ich... Ich wach die ganze Zeit... Pika, ich kann das nicht mehr, wirklich. Das kreilt ich nicht mehr aus. Komm sofort! Ja, warte mal, ab! Oh, jetzt krieg ich mir Münze und werd gefegt, weil ich scheiße bin! Ich hab's ganz genau gesagt! Ich hab's noch prediktet! Und jetzt? Sascha werd noch Erster, das weiß ich jetzt schon. Oder noch nicht, weil es heiß ist! Gib mir die Fünf-Naschis! Gib mir die Fünf-Naschis! Digga, ich war die... Ich war zwei Runden lang Erster. Ich hab's noch... Blöd, wir stinken! Pornhafenstadt. Hinten, du machst Foto. Ne, ich hab noch den Techniker oder den Handwerker hier gehabt wegen Feuchtigkeit im Keller, Chat. Ich bin jetzt im Stinker. Keine Weepers-Kapitäne werden. Ja, ich hab Weepers getragen. Könnt ihr ihn fragen, ob er auf WhatsApp gucken will? Und was hat Weepers gesagt? Weepers... Weepers guckt auf sein Handyboot. Äh... Der ist... Oh, Mann, ey! Aua! 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 Hey! 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 Du fett viel... Oh, nein! Oh, Mann! Oh, Mann! Das ist krank, ne? Halt doch deine Feste! Sehr schön, Hugo. Sehr schön, Hugo. Sehr schön, Hugo. Wie viel Göl. Wie viel Göln? Sehr schön, Hugo. Erste Runde ist immer egal. Danke. Ja, erste Runde ist egal. Oh, das ist krank. Ja, ich bin auf dem Zweiten. Ich krieg ne Münze, wirklich. Ist das wirklich? Na, Mann, Mann, was ist das denn? Okay. Okay, Ted. Sponsor ist er. Und jetzt geht's wieder los. Runde 2 ist... Ah, ja, ja, ja. Hugo, also wirklich. Es ist so geisteskrank. Wer ist erster? Bitte. Knall sie los. Okay. Knall sie los. Okay. Knall sie los. Ja, Rakete. Rakete. Ja, ist ja geil, dass alle Rakete haben. Richtig. Richtig. Zwei von drei. Nein! Was war das denn, Payne? Ja, frag mich. Micky. Egal. Micky. 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 Bist du mir hinten rein gefahren, Hugo? Ja. Liga, also, sorry. Kann ich ja nix für. Was schreist du nicht an? Aua! Scheiße, Mann! Bist du nicht nach hinten! Ah, Micky! Micky! Bist du nicht? 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 Hoffnung? Oh mein Gott, nein. Nein, das kann nicht sein. Guck mal, zwei Sterne hinter mir. Willi, sei lieb! Warte. Mach nichts! Willi! Aber bitte! Bitte! Oh Gott! Ich werde bitte noch bekommen. Ich krieg's nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr. Micky, ich hab keinen Einzelnen. Micky! Sooo! 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 Du bist ein Stück. Geil! Hat dir das gefallen, Willi, hä? Dritter Platschis rein! 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 Oh, Willi, da aufm achten. Das war aber mein Platz, Digger. Sag ich dir. Oh, Digger, ist das Geisteskrank. Okay. Micky Elf, Punkte. Micky Elf. Micky Elf. Oh, Micky Elf. Micky Elf, der Stinker. Ja. Ich bin Docksch. Docksch. Ich find, deutscher Fußball hat schon kranke Namen gehabt. Auch Thorsten Frings zum Beispiel. Der Name hab ich auch mal besprochen. Karsten Janker. Karsten Janker. Karsten Janker ist wie Edi. Ganz viel. Karsten Janker war schon geil, Digga. Schöner Oldschooler auf jeden Fall. Ja, Edi, cool, nice. Du sagst es so, als ob man eine Get-On-My-Level-Camp aufhatte. Ich weiß nicht. Ja, aber... Nee, nee, aber Diggi, ich will mal so sagen. Das war einfach noch die gute Zeit des deutschen Fußballes. Wo es einfach noch... Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Aber da war Fußball noch anders als jetzt. Deutlich anders. Ganz anders. Nicht so kommerziell, weißt du? Ja, das stimmt. Da hat nicht jeder Spieler einen Berater gehabt. Und weißt du, was ich meine? Das war einfach anders, Digga. Ich hab mir auch so einen Realtalk reingezogen von Brozki. Der meinte so, dass ihm auch die Kinder so leid tun, dass die halt deutschen Fußball mit dem jetzt gerade verbinden werden, wie er jetzt gerade ist und so. Ja, hundertprozentig. Hundertprozentig. Was denn? Was denn? Der Fußball damals, so um die 2010er, wollen wir mal so sagen, war einfach geiler. Also, so vom Gucken von den Spielertypen und ähnliches, ne? Ja, Digga, aber mittlerweile damals nicht alles mit Politik verbunden wurde. Heutzutage, da geht's ja gefühlt weniger um Sport, sondern... Ja, ja, richtig. Ja, ja, richtig. Ja, mehr umstritten sich, hast recht. Ja. Schlimm gesagt. Ich schöne. Am Ende jetzt nicht, wie das Ergebnis war, sondern... Blitz, 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 blitz! Nein! Oh! Ich hatte einen Stern, Digga! Ich hatte eine Aktefe! Das muss ich nur manifestieren! Oh mein Gott! Was? Oh, ist das schon fast? Digga, ist das krann! Micky, du bist so ein Stück. Digga, warum bekommen die... Ey, mein Controller ist leer. Nein! 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 Die Pippen machen doch deine Scheiß-Trip! Oh mein Gott! Ich hätte gerade ver... Wer wollte... Micky, du f***! Ach, Digga, das ist hingemalt! Fährt aber schnell im Ziel, mein Freund! Das war so schlecht, Digga. Drecksmap. 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 Oh, will die Achtern! Weil Payne, der f***sack, wieder als erst seine Bombe bekommen hat, Digga. Ist auch ne Spektlos. Ich hätte das... Hätte das Rennen vermutlich gewonnen, hätte ich den Stern rechtzeitig eingesetzt. Ich hatte Stern plus drei Pilze. Payne war direkt vor mir. Komm, wir machen 5. Unlucky. Ja, komm, 5. Ich hab' die Map, das Chat, die hat schon mal... Oh Gott, das ist die... Ja, vergiss das, die Map ist so crazy. Äh, ne, ne, die ist aufgedeckt. Hey, ja. Ne, Payne, das meine ich gar nicht auch, dass du einen Loan hast, aber du hast trotzdem so viel Abstand. Ja, da gibt's abgehört. Ja, da gibt's abgehört. Ah, da ist abgehört. Ja, da sagst du doch. Du, Gah, halt doch hin. Was ist das für ne Karte? Das ist gar nicht so. Ah, das sind ja eigentlich. Willi, hast du die genommen, weil die magst du einfach nur so einfach so? Oh, nein. Hola, Signores. Hallo, Ibs. Oh, hallo, hallo, hallo. Habt ihr's schon angefangen? Nee. Ich hab nur auf dich gewartet, Bro. Niemand von euch hat die Unix bei den Fortnite gehabt, richtig? Ja, Digga, ist mir die ganze Zeit ein Erster, Bro. Oh, da werd ich einmal abgeschossen und ich bin Achter. Wollt ihr mich verarschen? Oh, was? Das gibt's doch gar nicht. Das ist unfair. Wegen irgendein Dreckspilz, Digga. Hast du auch runtergefallen? Ja, ja, ja. Geht nicht, geht nicht. Vertraut mir kommt noch ne blaue. Naja, man kennt doch mittlerweile das Spiel hier, Digga. Oder du kriegst gleich drei rote, weißt du? Da wird schon noch was kommen, Digga. Ich guck auf meinen Arzt. Melky, du f***es Vieh. Sehr schön. Ich truste einfach ein bisschen. Zeig dir sowieso. Bro, das ist doch nicht normal, oder? Dritte, bitte. Pick up, Vieh! Digga! Warum krieg ich eigentlich keine Rakete mal? Da müsste ich die Scheinstecke nicht bauen. Ja, kein Schuss. Kein Schuss. Wo bin ich, Digga? Ich fahr Bande! Nein! Er gewinnt! Wichtig! Und richtig! Pain, wo bist du? Bist du zwei da? Nee, nee, nee. Ich glaube, das ist... Gleichstand! GG! 52, 52! Unentschieden! Aber... GG! GG! In den Chat für mich und Pain. Unentschieden! Wie? Ely, auch auf dem Double Enden Live-Seil. Unentschieden! 30, 30! Ach so! Und Micky, Digga, auf dem Letzten. Da, wo er hingehört. Lacher, kein Macher. So ein Ding ist das. Ja, Lacher. Ja, ja, ja. Da hebst du auch mal die Schere. So, wie Danny sagen würde. Der wird auch mal die Schere gehoben, mein Süßes.